Wir wollen jetzt hingehen und das gleiche tun, was wir bei der Reihenschaltung auch gemacht haben. Bei der Reihenschaltung sind wir hingegangen und haben uns überlegt, wie können wir denn vielleicht diese drei Widerstände, also in der Reihenschaltung waren es entsprechend die in Reihe geschalteten drei Widerstände, zusammenfassen in einen Widerstand, sodass bei der Spannung U0 gleich 10 Volt ein Strom von 55 Neuntel Ampere in beiden Fällen fließt. Ihr seht, ich habe hier wieder 55 Neuntel hingeschrieben, nicht gerundet. Damit man das hinterher im Ergebnis besser erkennen kann. Das heißt, ich werde jetzt mit ungerundeten Werten rechnen. Zunächst mal zu dieser Schaltung. Wie groß muss jetzt R Gesamt sein? Da hilft uns wieder das Ohmsche Gesetz, genauso wie bei der Reihenschaltung. Nämlich den R Gesamt kann man ganz einfach ausrechnen. An diesem Gesamtwiderstand R Gesamt liegt hier die Spannung U0 an, denn es gibt keine andere Spannung. Hier die Spannung dieser Quelle liegt komplett an dem Widerstand an. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal U0. Und man sieht, hier fließt der Strom I0 und das ist auch genau der gleiche, der durch R Gesamt fließt. Ich möchte sagen, mit Ohmschung Gesetz steht hier U0 durch I0 ist gleich R Gesamt. Hier können wir jetzt Zahlenwerte einsetzen und jetzt sieht man vielleicht auch, warum ich jetzt Brüche benutzt habe. Das kann man jetzt ganz schön lösen. Hier stehen dann 10 Volt im Zähler von der Spannungsquelle und unten stehen 55 Neuntel Ampere. Jetzt ist das eine Division durch einen Bruch, das heißt ein Doppelbruch. Ich kann also hier auch hinschreiben 9 mal 10, also 9 mal 10 Volt durch 55 Ampere. Regel für Doppelbrüche. Also 90,55 Volt pro Ampere und wir wissen ja jetzt inzwischen, dass Volt pro Ampere nichts anderes sind als Ohm. Also stehen hier 90,55 Ohm. Man kann das jetzt noch kürzen auf 18 Elftel. Ich lasse das aber an der Stelle mal sein. Also das ist irgendeine Zahl mit hässlichen Nachkommastellen. Soweit so gut und jetzt stellen wir uns wie bei der Reihenschaltung die Frage, naja, wie hängt denn jetzt dieser Zahlenwert mit den Zahlenwerten hier zusammen? Also kann man irgendwie diese 90,55 allgemein ausdrücken durch die Widerstände R1, R2 und R3? Wir hatten im Reihenschaltungsbeispiel relativ schnell gesehen, dass es hier eine Addition ist. Also wir hatten die Vermutung, man müsse hier nur die Widerstandswerte addieren und haben dann auch gezeigt, dass das so gilt. Und hier ist die Sache leider deutlich komplizierter gelagert. Wir suchen jetzt also einen Ausdruck für R Gesamt. Und das ist festgelegt als U0 geteilt durch I0. Und in diesem Ausdruck sollen jetzt ausschließlich die Größen R1, R2 und R3 als Variablen vorkommen. Da dürfen zwar auch konstante Zahlen oder sowas vorkommen, aber es dürfen zum Beispiel keine Spannungen vorkommen. Also da darf nicht irgendwo drinstehen UR1, UR2, UR3 oder irgendwie sowas. Und da sollen auch diese Einzelströme hier nicht weiter auftauchen. Also da jetzt hinzuschreiben, U0 durch I0 ist gleich U0 durch IR1 plus IR2 plus IR3. Ist zwar richtig, aber nicht gesucht. Wie gesagt, ist das Ganze leider relativ kompliziert. Deswegen mache ich hier jetzt erstmal eine, ja ich sag mal, Herleitungsskizze. Also kurz mal erklären, welche Schritte wir jetzt durchlaufen. Es ist an der Stelle auch, glaube ich, zu viel verlangt, ja, dass man da selber drauf kommt. Also hier an der Stelle geht es jetzt wirklich nur darum, das Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Es geht nicht darum, auf die Idee selber zu kommen. Sowas kann man später mal machen, wenn man sich damit intensiver beschäftigt. Allerdings halte ich die Herleitung für durchaus nachvollziehbar, weshalb ich sie euch hier nicht vorenthalte. Wer hinterher sagt, mich interessiert im Wesentlichen das Ergebnis, es sei ihm gegönnt, soll er so machen. Das Ganze wird jetzt so laufen, dass wir in einem ersten Schritt eine Gleichung für I0 aufstellen, die allerdings nur von U0, R1, R2 und R3 abhängt. Das können wir gleich relativ einfach machen, dafür brauchen wir wahrscheinlich zwei Schritte. Im nächsten Schritt gehen wir hin und teilen diese Gleichung dann durch U0. Also wir hatten in der ersten Gleichung stehen I0 ist gleich irgendwas und in der zweiten teilen wir durch U0 und dann steht hier I0 geteilt durch U0. Schritt 3, den wir dann durchlaufen, ist den Kehrwert bilden. Das heißt, aus I0 geteilt durch U0 machen wir U0 geteilt durch I0 und das ist eigentlich dann auch schon die ganze Idee, denn das ist ja gerade das, was wir suchen, das ist der R-Gesamt. Also fangen wir mal an. Wir starten erstmal mit einem Zwischenschritt und zwar mit nochmal der Knotenregel, mit der wir ja vorhin ja quasi diesen I0 überhaupt berechnet haben. Da sind wir hingegangen und haben gesagt, dieser I0 setzt sich zusammen aus diesem Strom, diesem Strom und diesem Strom. Mit der Erinnerung nochmal, der Gesamtstrom, I0 ergibt sich aus der Summe der Teilströme. Also steht hier in einem ersten Schritt, I0 ist gleich IR1 plus IR2 plus IR3. Das hatten wir und das war jetzt nicht sonderlich spektakulär. Zur Erinnerung, was wir hier benutzt haben nochmal, Knotenregel. Ich schreibe das jetzt mal über die Gleichheitszeichen, um klar zu machen, dass wir diese Gleichungen anhand der so und so, also jetzt in dem Falle der Knotenregel, aufgestellt haben. Also Knotenregel an dieser Stelle. Jetzt haben wir aber genau das, was wir eigentlich nicht haben wollten, nämlich wir haben den Strom ausgedrückt durch andere Ströme und diese anderen Ströme stören uns noch. Wir wollen jetzt diese anderen Ströme, also IR1, IR2, IR3 ausdrücken durch die Widerstandswerte und die Spannung an den Widerständen. Wobei wir hier gesehen haben, dass eigentlich an jedem Widerstand U0 anliegt. Wir haben ja gesagt, UR1 ist gleich U0, UR2 ist gleich U0, UR3 ist gleich U0 und deswegen kann ich für diese ganzen Spannungen an den Widerständen auch direkt U0 hinschreiben. Was denn hier steht, ist folgendes. I0 ist gleich, und jetzt benutzen wir das Ohmsche Gesetz, nämlich der Strom durch den Widerstand R1 ist die Spannung an dem Widerstand R1 durch R1. Also steht hier U0 geteilt durch R1. Entsprechend steht beim zweiten Strom, also IR2, U0 geteilt durch R2 und entsprechend beim dritten U0 geteilt durch R3. Das ist das, was wir hier machen wollten. Wir haben jetzt den Strom I0 ausgedrückt, ausschließlich durch U0. Das taucht hier irgendwie auf und die einzelnen Widerstände tauchen hier auf. Das ist schön, das wollten wir so haben. Damit ist Schritt 1 eigentlich schon abgeschlossen. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt hingehen und diese gesamte Gleichung hier nehmen und durch U0 teilen. Ich stelle gerade fest, das sieht man nicht mehr. Moment. Also wir wollen diese gesamte Gleichung durch U0 teilen. So. Wenn wir das tun, dann steht auf der linken Seite auf jeden Fall I0 geteilt durch U0 und ich hoffe, das kann man jetzt sehen oder so viel Mathematik ist gerade im Kopf vorhanden. Wenn ich diesen Ausdruck durch U0 teile, verschwindet das U0 im Zähler. Wenn ich den durch U0 teile, verschwindet der im Zähler und wenn ich den durch U0 teile, verschwindet der auch im Zähler. Das heißt, was hier übrig bleibt, ist 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Das ist ganz schön, weil jetzt haben wir hier wirklich nur noch einen Ausdruck, der von den Widerständen abhängt. Das ist ja schon fast das, wo wir hinwollen. Wir haben auf der linken Seite leider nicht R Gesamt stehen, sondern wenn man jetzt mal genau hinguckt, steht hier I0 durch U0. Das ist eigentlich 1 durch R Gesamt. Das wollen wir aber gar nicht haben. Ich mache hier mal einen senkrechten Strich drin oder eine Klammer hin, um zu sagen, das gehört jetzt nicht zur Gleichung. Weil wir das aber nicht haben wollen, wir wollen nicht 1 durch R Gesamt ausrechnen, sondern R Gesamt bilden wir jetzt auf beiden Seiten die Kehrwerte. Damit steht auf der linken Seite statt I0 durch U0 U0 durch I0 und damit statt 1 durch R Gesamt R Gesamt. Soweit, so gut, da wollen wir hin. Und auf der linken Seite passiert jetzt was, was mathematisch gesehen zwar irgendwie hässlich aussieht, aber trotzdem zielführend ist. Denn wir müssen hiervon jetzt einen Kehrwert bilden. Der Kehrwert von dieser Summe sieht wie folgt aus. 1 durch diese Summe. Das heißt, was wir hier rauskriegen, ist diese sehr, sehr hässliche oder nicht sonderlich ästhetisch anmutende Form. Und leider gibt es auch tatsächlich nichts Besseres. Das hier ist der Ausdruck für den Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung aus drei Widerständen. Das Ganze kann man sich jetzt überlegen, ist ebenfalls erweiterbar für beliebig viele Widerstände. Also wenn da jetzt noch ein R4 steht, steht hier noch plus 1 durch R4. Wenn da noch ein fünfter, sechster, siebter dazu kommt, wird dieser Nenner hier immer länger. Ja, wie gesagt, das ist kein schöner Ausdruck. Und diesem Ausdruck kann man auch nicht allzu viel ansehen tatsächlich. Deswegen war auch am Anfang nicht direkt klar, wie das wohl zusammenhängt. Bei der Reihenschaltung war es simpel. Da müssen wir die Widerstände addieren. Das hat man irgendwie schon gesehen und gefühlt in Anführungszeichen. Hier sieht das eher unvorteilhaft aus. Aber so ist leider die Gesetzmäßigkeit. Das heißt nochmal zusammenfassend, in einer Parallelschaltung sind erstens alle Spannungen gleich groß. Also genau genommen heißt das, an jedem einzelnen Widerstand liegt die gleiche Spannung an. Das ist nur die ausführliche Version. Der Gesamtstrom bildet sich oder ergibt sich aus der Summe der Teilströme. Das heißt, hier fließt ein Gesamtstrom rein und er setzt sich zusammen aus den Strömen, die hier durch die einzelnen Widerstände fließen. Und zu guter Letzt, der hässlichste Teil, der Gesamtwiderstand einer Schaltung lässt sich berechnen, und zwar wie folgt. Diese Formel, ja nochmal, ist nicht schön und setzt auch ein bisschen Übungen im Taschenrechner voraus. Man neigt dazu, sich da sehr häufig zu vertippen. Deswegen solltet ihr das unbedingt mal üben. Und gerade weil diese Gleichung hier so extrem sperrig ist und man in der Praxis nicht selten mit nur zwei Widerständen, die parallel geschaltet sind, zu tun hat, möchte ich noch ganz kurz eine andere Schreibweise für diese R-Gesamt-Formel bei zwei Widerständen zeigen. Nämlich man kann diese Gleichung ein bisschen, meinem Empfinden nach, handlicher umformen. Und dazu packe ich jetzt wieder mathematische Taschenspielertricks aus, indem ich hingehe und diese Gleichung, beziehungsweise den rechten Ausdruck mit 1 multipliziere. Irgendwas mal 1 ist irgendwas, das heißt, das ändert die Gleichung nicht. Und ich gehe nicht nur einmal hin und multipliziere es mit 1, sondern ich mache das Ganze nochmal. Jetzt fragt man sich natürlich, was das soll. Das soll folgendes, ich nehme jetzt diese 1 und schreibe sie einfach aufwendiger hin, indem ich sage, 1 ist doch nichts anderes, oder ich kann doch 1 auch so ausdrücken, indem ich sage, das ist doch R1 geteilt durch R1. Ich habe eine Zahl R1 und die teile ich durch die gleiche Zahl und wenn ich zwei Zahlen durcheinander teile, die beide gleich groß sind, kommt da 1 raus. Ist zumindest nicht falsch. Was das soll, ist eine andere Frage. Das sehen wir gleich. Das gleiche mache ich mit der anderen 1, nur die schreibe ich jetzt gleich hin als R2 geteilt durch R2. Wie gesagt, das sind so typische mathematische Taschenspielertricks zum Umformen, die im ersten Moment völlig unsinnig erscheinen und die Sache erstmal verkomplizieren. Aber wir werden sehen, das bringt was. Das heißt, diese beiden Einsen schreibe ich hier entsprechend anders hin, nämlich als R1 geteilt durch R1, beziehungsweise R2 geteilt durch R2. Und jetzt ordne ich mal ein bisschen anders an. Jetzt stehen hier multiplizierte Brüche, die kann ich jetzt auch alle auf einen Bruchstrich schreiben. Und ich kann jetzt hingehen und sagen, oben steht jetzt eigentlich 1 mal R1 mal R2. Die 1 kann ich weglassen, kann also hingehen und sagen, hier steht eigentlich R1 mal R2 jetzt im Zähler. Und im Nenner steht jetzt folgendes. Da steht jetzt von vorher 1 durch R1 plus 1 durch R2. Und jetzt kommen diese beiden hier noch dazu. Achtung auf die Klammern achten. Das heißt, ich kann das Ganze so hinschreiben. Das sieht jetzt noch bescheuerter aus als vorher. Oh, hier habe ich eine 1 vergessen. Aber wir können das jetzt vereinfachen, denn wir können jetzt hier unten die Klammer ausrechnen. Und wenn wir die Klammer ausrechnen, steht hier folgendes. Erstmal R1 mal R2 steht noch oben, wie gehabt. Und unten multipliziere ich jetzt das hier in die Klammer rein. Dazu muss ich diesen Ausdruck einmal mit dem Bruch multiplizieren und einmal mit dem Bruch multiplizieren. Was dann hier jetzt steht, ist folgendes. Hier steht jetzt R1 mal R2. Das ist jetzt für den ersten Bruch. Und im ersten Bruch steht oben die 1. Die kann ich jetzt weglassen, weil sie steht hier vor als Faktor und muss durch R1 teilen. Das heißt, hier steht geteilt durch R1. Beim zweiten Bruch steht hier jetzt R1 mal R2 geteilt durch R2. Jetzt kann man vielleicht erkennen, was man tun kann. Nämlich jetzt kann ich im Nenner kürzen. Ich kann jetzt dieses R1 gegen dieses R1 kürzen und ich kann auf der anderen Seite dieses R2 gegen dieses R2 kürzen. Und was jetzt übrig bleibt, ist die Formel für, oder eine Darstellung für die Formel zweier parallel geschalteter Widerstände, die dann lautet, das ist R1 mal R2 durch R1 plus R2. Und das ist auch eine sehr, sehr gängige Formel, die man in nahezu allen Formelbüchern auch findet. Die hat nur die unangenehme Eigenschaft, dass ich sie jetzt nicht beliebig erweitern kann. Ich kann jetzt nicht hingehen und bitte, 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 macht das nicht. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, wenn ich drei Widerstände habe, schreibe ich dann R1 mal R2 mal R3 durch R1 plus R2 plus R3. Würde man jetzt mit Einheiten rechnen, würde man feststellen, da käme man dann oben Quadrat raus für den Widerstand. Das ist Quatsch. Also das gilt wirklich nur für zwei Widerstände, ist aber im Taschenrechner deutlich einfacher zu handeln und kommt in der Praxis auch sehr häufig vor. Also es kommt sehr häufig vor, dass man nur zwei parallele Widerstände hat. Dementsprechend wollte ich euch diese Formel nicht vorenthalten und das war es dann jetzt aber auch erstmal zur Parallelschaltung.